Hallo, das ist die Marbella. Die Marbella kann alle eure Daumendrücker gebrauchen. Sie hat eine Darmentzündung offenbar nicht paro, deshalb sitzt sie jetzt in dieser Box und nicht in unseren Karadänenboxen. Sie hatte vorhin Appetit, hat gut gefressen und leider wird alles ass gekotzt. Jetzt hat sie den Kaffee auf.